So, herzlich willkommen auf meinem Kanal M4Live, Leute. Wie ihr sehen könnt, ich friere mir den Arsch ab. In diesem Video geht es nochmal um die Profahrt mit dem M55i, was ich mir Gedanken darüber gemacht habe, ob der passen will oder nicht. Und natürlich über den supergeilen M5 von Patrick, den ich da fahren durfte. Liebe Grüße nochmal. Und darum geht es jetzt in dem Video. Ich werde auch nochmal ein kurzes Feedback zum Urlaub geben, weil ich war ja auf den Seychellen und es war einfach nur Wahnsinn. Hat so viel Spaß gemacht. Und da haue ich da auch noch ein paar Tipps raus. Und ja, freue mich, dass ihr dran seid, dass ihr auch so viele Kommentare immer dagelassen habt. Es hat mich immer ganz schön geärgert, dass ich, äh, zu wenig Waschflüssigkeit, dass ich nicht darauf antworten konnte, weil der Internetempfang so blöd war im Urlaub. Aber nichtsdestotrotz hole ich das jetzt alles am Wochenende nach. Und wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß mit dem Video. Und würde mich natürlich auch über ein Abo von euch freuen. So, Leute, wie ihr sehen könnt, ich bin endlich wieder im M3. Ich habe es total vermisst, rumzufahren und mit dem M3 zu fahren, weil, ja, zwei Wochen ohne Auto ist schon ein bisschen komisch. Aber dafür ist der Urlauber auch da und hat super viel Spaß gemacht. Also, ähm, fangen wir jetzt einfach mal an. Es ging jetzt noch mal um die Prova mit dem L55i. Ja, und euer Feedback dazu. Also, was soll ich sagen? Äh, das meiste Feedback von euch da draußen war zum Wagen natürlich positiv, weil er eine super Ausstattung hatte. Der Preis war auch nicht so hoch. Ähm, der hat ja wirklich alles, was man brauchte. Bloß, was von vielen auch kam, dass der Motor nicht so zuverlässig ist, oder? Ja, das bestätigt sich ja schon darin, dass der schon, ich glaube, bei 20.000, 30.000 Kilometer hat der ja schon einen Austauschmotor bekommen. Ist natürlich schon wieder so komisch, wenn du überlegst, der Bauer 2.017 und schon einen Austauschmotor. Und dann, viele von euch da draußen, per Instagram haben wir geschrieben, danke nochmal dafür, dass der Motor, der N-Rain 60-Motor, nicht so zuverlässig sein soll. Jetzt hat noch ein paar andere noch dazu geschrieben, ja, der wurde nachher besser und der war nur am Anfang, da hat der ja Probleme gehabt. Das kann ich natürlich jetzt nicht, ähm, ja, vergleichen in dem Sinne. Auf der anderen Seite gibt es den ja jetzt auch, wie er mit dem 530 PS-Motor. Und es ist ja schon irgendwie so eine Sache, dass der jetzt dann quasi komplett überarbeitet worden ist. Das hat ja auch so seinen Sinn. Ähm, ja, deswegen, also ich habe auch die ganze Zeit überlegt, als ich den Wagen danach abgegeben hatte, ist es so ein geiler Wagen, alles drum und dran. Und ja, hast auch Power ohne Ende und Ausstattung super. Aber dann überlege ich immer so, ja, muss es denn dann so Benziner sein, wenn der jetzt nicht so viel schneller ist als der M3, oh? Weil, ihr hättet ja auch drunter geschrieben, das fand ich ganz cool, dass da kommt dieser, naja, Kontrast vom 5er Diesel zum M3 einfach so geil ist. So viel genial. Und du kannst so viel rumfahren, so entspannt cruisen mit dem 5er, mit dem natürlich auch mit dem M550i. Ähm, aber es ist natürlich so ein geilen, geringen Verbrauch für die Leistung. Und das reizt mich dann schon irgendwie, dass man das vielleicht nochmal so hinkriegt. Deswegen werde ich nochmal ein paar Pro-Fahrten machen mit den Dieselmodellen, weil der M550d gibt es ja noch, der N7er gibt es ja noch. Und ja, so ein Gegensatz zum M3 im All. Boah, das wäre ganz cool. Und der, äh, was ist das jetzt da? Triturbo, oder? Gar nicht, der Quadroturbo ist das ja schon. Triturbo war ja der alte M550d. Der Quadturbo, der wird jetzt auch nicht mehr so lange gebaut, ich glaube wegen Emissionswerten und so. Ich glaube, der wird dieses Jahr eingestellt mit der Neuproduktion. Da waren auch viele sehr, sehr enttäuscht darüber, weil das natürlich, ja, so ein genialer Kompromiss ist, zwischen sparsam fahren und leistungarm. Und es ist so schade, dass die ganzen guten Motoren so wegfallen. Also die von der Leistung her. Und ja, deswegen wird es den neuen 3er auch mit den 340d geben. Und der hat dann, glaube ich, 370 PS oder so. Aber mit 400 Diesel-PS, das wird es nicht mehr geben. Das ist nicht mehr Serie. Moment, jetzt gerne ein bisschen schmollig. Ach, das ist ja sehr gut. Die Profahrt mit dem M5 ist natürlich der Hammer gewesen. Voll der Burner. Mich hat es total geärgert, dass ihr das nicht gesehen hattet. Wir sind nochmal an der Ampel losgefahren. Da durften wir mal 100 fahren, 0 bis 100. Ey, ich bin fast weggeflohen. Oh, es war so 3,2, 3,4. Und ich bin so in den Sitz gepresst worden von dieser fetten Limo. Das war schon ein geiler, geiler, ja, geiles Feedback eben. Da hat es super viel Spaß gemacht und was an dem wäre alles. Aber was da natürlich so die Sache ist, ist natürlich arschteuer noch. Ich glaube, die günstigsten, die ich so gesehen habe, fangen ja ab 75 an. Und das ist echt viel, viel Kohle. Und wenn du überlegst, die gehen ja so vom Preis runter. Der Wertverfall, der ist ja noch da. Und ich glaube, wenn man noch ein bisschen ein, zwei Jahre wartet, dann kriegt man die auf jeden Fall schon günstiger. Deswegen ist das so eine Sache, ja, ist schon viel Kohle. Deswegen würde ich da, glaube ich, auch noch mal eher warten. Das war so mein Gedanke, weil ich fand den Wagen auch super, super geil. Ist ja auch ein super geiler Wagen. Du hast ja alles da mit Sportwagen, Alltagswagen, Luxus, alles drum und dran. Ja, wenn ja nicht der Preis wäre. Ne, also deswegen, da bin ich noch am überlegen oder vielleicht auch am warten, ob ich das mache. Aber auf jeden Fall, wenn ich die Kohle hätte, würde ich empfehlen, wäre natürlich die erste Wahl. Also da habe ich alles drin. Aber das Thema ist noch nicht vom Tisch. Wie gesagt, ich werde noch weitere Profahrten machen. Und vielleicht von euch da draußen ein paar Profahrten noch. Das kam auch ganz gut an. Das interessiert mich auch mal, wie die Autos fahren. Ich vergleiche die dann immer total mit den anderen Wagen von BMW. Und das macht super viel Spaß. Und es ist dann immer schön, wenn ich dann so das Feedback an euch da draußen weitergeben kann. Ja, wie gesagt, dann kommt noch, ich muss mal gucken, ob ich das Video alles schneiden kann, noch schaffe. Weil wir haben jetzt Mittwoch, ich glaube Mittwoch, ja, ein bisschen durcheinander noch. Mittwoch, ich muss noch ein Video schneiden. Das Blitzspiel kommt ja noch. Da hattet ihr auch alle fleißig drunter geschrieben, dass wenn ich noch die Tage fertig mache, ich mache das Video dazu. Und ja, dann habe ich natürlich noch andere geile Autos, die sich noch demnächst kommen. Wetter, ich denke gar nicht. Sehr, sehr geile Wagen hast du da am Start. Die werde ich auch nochmal vorstellen, dann werden wir auch geile Videos zu machen. Und wir hoffen mal, dass das Wetter auch besser wird. Weil, wie gesagt, ich war jetzt zwei Wochen im Urlaub. Die, die es noch nicht wissen, ich bin jetzt zwei Wochen auf den Seychellen gewesen. Da jeder Kreuzfahrt, haben wir gemacht. Bei einer besseren Hälfte. Und es war einfach nur so genial. Leute, glaubt es mir, es war so cool. Was ich hier einmal hasse an solchen beiden Flügen, ja diese beiden Flüge eben halt. Du hast ja Aufenthaltszeit. Also ich glaube, wir sind von Düsseldorf geflogen. Da musst du ja sowieso zwei Stunden, das kennt ihr ja, vorher da sein. Also wir waren, glaube ich, drei Stunden vorher da fast, zweieinhalb. Und dann sind wir von Düsseldorf nach Dubai geflogen. Ich glaube, hinten sind wir sechs Stunden geflogen. Hinten sind wir zurück, also zurück sind wir sieben Stunden geflogen. Und dann sind wir von Dubai nochmal auf die Seychellen geflogen. Und wenn du so überlegst, du fliegst dann von Düsseldorf nach Dubai. Und da waren wir dann drei Stunden Aufenthalt gehabt, bis du den nächsten Flug zu Seychellen hast. Und der Flug von Dubai nach den Seychellen waren dann auch nochmal vier Stunden. Ich weiß nicht, wie viele Stunden wir unterwegs waren mit Aufenthalt bei den ganzen Flughafen. Ich glaube, ich habe mal so gerechnet so 14 Stunden, 14, 15 Stunden oder so. Wenn nicht noch mehr, bist du so unterwegs und dann bist du total im Arsch. Aber wenn du dann ankommst auf dem Schiff und dann das Wetter und die gute Laune. Und da kommst du so richtig in uns Feeling rein. Also das hat super, super viel Spaß gemacht. Und ich werde jetzt euch mal so einen kleinen Ausblick nehmen, wo wir überall waren. Auch werde dann Bilder einblenden und Videos einblenden, was wir gemacht haben, wo wir das gemacht haben. Das ist einfach nur super viel. Also wenn ihr jetzt irgendwann mal Bock habt auf so eine Kreuzfahrt, dann macht sowas. Weil wir hatten auch auf dem Rückflug ein anderes Pärchen getroffen. Und die waren in Dubai für zehn Tage. Und die waren auch begeistert. Aber dann habe ich die Fotos gezeigt, wo wir waren mit den Seychellen und mit den Stränden. Und das ist einfach nur Traum pur. Also das ist super, super genial. Und du erlebst so viel. Und wenn du wirklich was erleben willst, von der Welt sehen willst, dann ist das einfach ein Muss. Ich hatte damals auch mal gedacht, so eine Kreuzfahrt ist so ein bisschen oldschool. Aber echt Quatsch, weil da so viele Aktivitäten, so viel gute Laune, auch viele jüngere Leute. Aber so da, wo wir jetzt waren, das Publikum war schon 40 plus, sag ich mal so. Also der erste Stopp, wir sind von den Seychellen zu einer Insel Madagascar geflogen. Ach, geflogen. Wir haben mit dem Schiff gefahren. Anziranana. Sehr, sehr schön. Vom Land und von den Menschen. Aber was uns so total vom Walker gehauen hat, wir wussten gar nicht, dass Madagascar so eins der ärmsten Länder der Welt ist. Und das ist die viertgrößte Insel auf der Welt. Und ja, also die Armut, die du da gesehen hast, die hat dich sofort wieder so geerdet und auf den Boden geholt. Und die Leute sind dort mit so wenig Habung gut zufrieden und trotzdem haben die gute Laune. Aber wenn man das so sieht, wie erschreckend das dann ist, dass es sowas so gibt. Das war echt der Hammer. Das hat uns erst mal sofort der erste Tag dachten. Boah, wir sind mit so einem Tuk-Tuk gefahren. Das blende ich hier nochmal ein. Und das hat auch super viel Spaß gemacht. Also mit einem M und so tiefgelichteten Wagen hätte es vergessen können. Also die Straßen waren so im Arsch. Ich glaube 30, 40 Zentimeter tiefe Schlagflöcher, es war nichts dagegen. Es war nichts dagegen. Spaß gemacht, der ist ja so hin und her gefahren, ausgewichen und war schon ein Erlebnis. Das muss ich auf jeden Fall mal machen und duk-duk fahren. Heute sind wir zum Strand gefahren und da gibt es auch ganz besondere Baumarten. Die gibt es nur auf Madagaskar so ganz, ganz selten. Die haben uns dann angeschaut mit Tuk-Tuk zum Strand und was dann am schlimmsten war, wir sind dann nochmal mit dem Guide durch die Stadt gefahren und zum Einheimischen Markt. Das mit dem Einheimischen Markt war einfach so ein Schock, weil du hast gesehen, das rohe Fleisch, was vielleicht ein paar Stunden alt ist, das lag da in der Sonne und wir sind da hergegangen und der Typ, der Verkäufer hat da erstmal mit so einer Wedel rumgewedelt, also es waren alles voller tausend Fliegen, die Fische lagen da alle roh da rum und war auch total, ja einfach nur krass, dass es sowas noch gibt. Das war echt der Hammer. Ja, danach war ja erstmal Sense, weil ja, das kann man sich so gar nicht vorstellen. Ich habe das auch nicht gefilmt, das war echt schon traurig. Aber die Menschen sind super, super gastfreundlich, super nett. Aber du merkst sofort, du kommst an Land und die Leute sind so arm und die greifen jeden Touristen ab, weil nur durch den Tourismus verdienen die ja viel, viel Geld immer halt. Das sieht voll aus, das war. Die Weiteinsel war auch hier an Madagascar Nozibé. Das war der Hafen Nozibé und ja, da haben wir dann so eine Fahrradtour gemacht. AIDA, das war auch sehr cool, sind wir so rumgefahren, ein paar Sachen abgecheckt. Ja, ich komme aus 30 Grad, über 30 Grad, das ist voll echt krass. Ja, auf Nozibé haben wir so eine Fahrradtour gemacht mit der AIDA, das war auch sehr cool. Sind wir so rüber rumgefahren, ein paar Sachen abgecheckt. Wo waren wir dann noch? Hast du sogar gesehen, dass die Leute ihre Autos in so einem alten, dreckigen Bach gewaschen haben? Das war die Waschstraße. Einfach verrückt, so eine ganz andere Welt ist das. Wir sind dann auch noch in die Stadt gefahren und ja, aber die Eindrücke, das war einfach, du kommst so nah mit den Leuten in Kontakt. Was Patrick? Exact. Du hast euch reERE, aber siehst du noch mit den Eindrücke. Das ist auf den Eindrücke. Alsokогatens confirmed auch dasTTisch wäre, Und du siehst das alles und diese Eindrücke, die behältst du für das ganze Leben. Also es ist echt schon erschreckend. Auf der anderen Seite natürlich schön, dass die Menschen ja einfach das Beste raus machen und sich nicht so hängen lassen. Wir haben auch danach, als wir es gesehen hatten, hat die AIDA auch so eine Grundschule lässt sie jetzt bauen für die ganzen Kinder. Die haben auch gesammelt. Ich glaube, die haben jetzt knapp 88.000 Euro zusammengekriegt und die bauen jetzt diese Grundschule. Die hatten schon mal eine gebaut, jetzt bauen sie noch eine und da haben wir erstmal viel gespendet. Also ich finde, wenn man das so selber gesehen hat, dann will man den Leuten so zu behelfen. Und ja, das hat man dann auch gemacht. Der nächste Stopp war dann Mauritius. Ich glaube, Mauritius kennt ihr alle da draußen. Das ist so eine bekannte Stadt, wo auch viele immer heiraten und da so Honstattreise hinmachen. Und da waren wir den ersten Tag auf so einen hohen Berg. Da war so ein Tempel, so indische Götterwander da eben halt rum. Da konnte man auch reingehen und ich blende das mal alles ein hier. war auch sehr, sehr interessant. Ich wusste auch nicht, dass ich die Hälfte, also mehr als die Hälfte aller so indischen Abstammungen oder indischen Glaubens eben halt dort auf Mauritius. Und was haben wir noch gemacht? Da haben wir den... Richtig aufnehmen durch die Hälfte. Walter, ich drehe ich dir noch mehr. Der zweite Tag auf Mauritius, da waren wir drei Tage. Der zweite Tag, wir haben auch noch so eine Safari Tour gemacht. War auch sehr, sehr geil. Mit so einem offenen Bus sind wir da durchgefahren durch die Safari. Es war riesengroß, wie so ein riesen Park, einfach durchgefahren. Da haben wir die Tiere gesehen. Und das war auch schon ein sehr, sehr geiles Erlebnis. Okay, okay, okay. Und den dritten Tag haben wir dann selber auf eigene Faust und wir haben den Hafen ein bisschen umgegangen, gewummelt und haben uns dann so die eine Seite von Mauritius angeschaut, so diese einheimischen Märkte. Und dann wieder so das Neugebaute. Das ist ja gut. Also es ist echt so, du gehst eine Straße weiter arm und reich. Aber es ist auch schon so krass. Aber es war schon echt ein Erlebnis. Es war schon schön, dass man so etwas mal sehen konnte. Und die Strände auf Mauritius sind auch mega. Also da waren wir auf so Flick-Flack-Strand hieß das. Ach so. Das ist das Flick jetzt mal schön zu fotografieren. Jetzt passt eben ein Video drauf. Blende ich hier auch nochmal ein. Einfach nur super schön. Dann waren wir auch auf einer anderen Insel. Das war der Hafen und dort sind wir, ich glaube anderthalb Stunden mit dem Bus quasi in die Mitte von der Insel gefahren auf dem Vulkan hoch. Das sind 2.200 Meter hoher Vulkan. A quelqu'un in die Mitte von der Insel gefahren zu starten. Lторовabаюсь. Ja da Aim für den Valken. Und innen drin war dann quasi so eine Schlucht und Häuser-Siedlungen waren da angebaut, also es gab auch keine Straße innen drin, also es gab auch nur eine kleine Straße hoch zum Vulkan. Der Busfahrer tat mir schon leid, weil der Riesenbus, wenn der Bus entgegenkam oder ein anderer LKW, konntest du vergessen. Also es war, musst du überlegen, vom Strand bis zur Mitte anderthalb Stunden. Und dann waren wir oben eine halbe Stunde, haben uns die Aussicht genossen und du standst quasi am Abgrund. Also sie hatten auch keine Abschwörung, gar nichts, ich hätte da so runterspringen können. Das ist der Hammer, sowas gibt es ja hier, wirst du hier nie sehen, so einen Ausblick. Was haben wir noch gemacht? Dann waren wir auch nochmal, den nächsten Tag waren wir am Strand. Da haben wir uns auch immer gemütlich gemacht, weil wir jetzt eigentlich immer auch so Strände, wo wir sehen und es war einfach nur super, super cool. Ich blende das auch immer ein hier, die Sachen. Was mir noch aufgefallen ist auf Mauritius, kurz zurück, da sind wir ausgeschickt vom Bus und da waren die ganzen Elf hier. Also da waren die oben auf dem Baum und es war einfach so einfach Natur pur. Das ist einfach cool. Aber La Réunion, wo wir da waren am Strand, da war ich auch noch schnorcheln. Also ich habe so eine, kennt das vielleicht vom Decathlon, so eine ganze Maske mit Schnorchel auf und bin ich da ein bisschen, ja habe mir die Fische angeguckt. Ich bin da auch so ein bisschen Fischtyp, ich weiß auch nicht. Ich war früher immer sehr viel angeln mit meinem Vater und ich habe da ewig, ich finde das einfach cool, wenn man so die Fische so sieht. Und ja, es war sehr, sehr geil, also dass man so, weil man so am Tauchen ist und von groß, breit, dünn und 20, 30 Fische waren neben dir und ja, so Kugelfische in der Art habe ich gesehen und es war einfach so ein cooles Erlebnis. Einfach so ein Meer und das Wasser war echt so, ich glaube 30 Grad warm, war auch super cool. Ja, hat einfach viel, viel Spaß gemacht. Ja und dann sind wir dann nachher zurückgefahren auf den Seychelles. Dort waren wir auf der Insel Ladique, das heißt wir mussten von den Seychellen, sind wir quasi mit dem Schiff, also mit der Fähre nochmal eine Stunde gefahren und dann von einer anderen Insel nochmal, also nochmal 15 Minuten zu einer anderen Insel, Ladique hieß die und da haben wir so eine kleine Fahrradtour gemacht mit so einem Guide und der hat uns zwei Strände gezeigt. Mittagessen war dabei und der eine Strand davon ist so der weltberühmteste, weltschönste Strand, eben halt, wurde auch schon mehrfach ausgezeichnet. Video. Und als wir das gehört hatten, da haben wir das Wort gesagt, ja komm, da fahren wir hin, das wollen wir sehen, wenn du schon mal einmal da bist, dann machst du das und ja, also es war super, super genial, wenn ihr das gesehen habt, einfach nur Traum, oder? Also sowas ist einfach nur Traum und die Insel Ladique ist auch sehr bekannt für die hohen Felsen, die da oben waren und ja, unser Guide ist aber jetzt hat auch rumgeklettert, hat erstmal die Aussicht genossen, hat erstmal Fotos gemacht von da oben. Video. Und die Skin, die sie gegen die Insel und die Insel. Ja? Ähm, ähm, äh, any more questions? Question? Okay. Aber es war einfach total cool mal abzuschalten, wenn du überlegst, wir hatten da über 30 Grad meistens und in der Sonne war es noch wärmer und auf dieser Insel hatten wir einen Strand, ich glaube da war es über 30 Grad Wasser warm, also da Abkühlung konntest du vergessen, also es war echt nichts. Ja, aber es war einfach mal so genial, also wenn ihr was macht oder so, da macht mal so eine Reise, vor allen Dingen jetzt so Januar, Februar, wenn du hier nach Hause kommst, hier nach Deutschland und das ist so, äh, kacke hier. Einfach vom Wetter und jetzt haben wir 2 Grad und die hatten da über 30. Und wenn ich überlege, ich war vorgestern am schönsten Strand der Welt so, ja, ist einfach, einfach cool. Ich hoffe, ich hab ein bisschen Farbe bekommen, aber es ist irgendwie schon so dunkel hier, dass man es mir kaum sehen kann. Naja, aber das war echt cool und ich bedanke mich auch dafür immer, dass ihr so zahlreich geschrieben habt, die ganzen Kommentare unter meinen Videos, ich freu mich da immer, ich hab dann versucht, wenn ich da mal an der Insel war, La Reunion war, äh, EU sogar, und da konntest du mit dem Handy natürlich sofort, äh, sofort ins Internet, hab ich die ganzen Kommentare erstmal so gut durchgescrollt und geguckt, was ich gucken konnte eben halt, ähm, aber ich glaube, ich hab jetzt über 100 Aufnahmenkontakt, aber wenn nicht noch 200 oder so, und die muss ich nur alle beantworten, das mach ich auch, das hab ich euch ja versprochen. Ähm. Und bin auf jeden Fall jetzt wieder, wieder super, äh, aufgeladen, hab Energie fürs neue Jahr und freu mich schon so auf die geilen Karren, auf die neue Saison, ich hab so viele Leute, mit denen ich geile Videos machen will, noch geile Carpons machen will, ich schau auch immer, wie ich meine Carpons noch verbessern kann, ich hab mein neues Equipment gekauft, äh, es wird so, so viel geile Sachen kommen dieses Jahr und ich bin echt so happy und freu mich auch drauf, ich mach das so super gerne, ich glaub, das merkt ihr auch, und, ja, deswegen freu mich auf die neue Saison mit euch da draußen und ich hoffe, ihr hattet jetzt nicht so viel Stress mit der Sabine, mit der Sturmsabine hier, ähm, ja, also mein M3 war zum Glück in der Garage, aber ich hoffe, ihr seid da gut vorgekommen und hattet nicht irgendwie ein Baum auf eurem Auto liegen, ähm, so, jetzt können wir einmal, wenn der hier, oi, ich weiß auch nicht, was der hier macht hier, der kennt sich ehrlich aus. Max? Max? Moment? Das darf doch nicht fehlen in dem Video, oder? Das hab ich so vergisst, Leute. Ja, haben wir doch gedacht, dass der sich hier nicht auskennt. Ach, ja, Leute, ne, alles schön und gut, aber ich bin auch froh, wenn man wieder so zu Hause ist, äh, ich bin dann irgendwie so ein Heimscheißer, keine Ahnung, aber ich brauch einfach so das Moderne und auf jeden Fall, jeden Tag müsst ihr euch sagen, Alter, wie gut es eigentlich jemandem geht, wenn man so andere Sachen wieder gesehen hat, das holt einen so wieder runter, äh, nicht, dass ich irgendwo hoch war, aber so, ähm, äh, aber es ist echt schon beschränkend, aber umso mehr sollte man das Leben jeden Tag genießen, ohne Scheiß, Leute. Egal, was für ein Auto ihr habt, ihr müsst auch kein N3 haben, oder so, einen kleinen Wagen, oder so, ob so, man ist gesund, man tunet seinen kleinen Wagen, oder einen anderen Wagen, man hat seinen Spaß und genießt das und teilt sich mit anderen Leuten aus, und ich glaube, das macht es doch einfach aus, dass wir alle zusammenhalten und Bock auf das Leben und das Fahren haben, und solange es noch geht, mit Sound, werden wir das doch auch alles noch weitermachen. So, und das soll es jetzt gewesen sein, ich, äh, wünsche euch noch einen schönen Tag. Müsst ihr jetzt gucken, ihr seid ein Fußgänger, ich bin ja nicht so assig. Und bedanke mich fürs Zuschauen, und, äh, sag mal, bis die nächsten Tage, haut rein, ciao. Oh 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 oh